Stratege und Stratege, der Finanzpodcast von Flossbach von Storch. Willkommen zu Stratege und Stratege, wie immer mit Thomas Lehr und Philipp Vornran. Das Thema heute, der Ton macht die Musik. Spekulanten treiben DAX, Deutsche spielen vermehrt mit Aktien, Sparer im Aktienfieber, Rekordquartal für DAX-Konzerne. Klingt nach ganz normalen Finanzmarktnachrichten, oder? In Deutschland ganz normal, dass man Spekulanten, Spielen, Aktienfieber und Konzern verwendet. Alles nicht wirklich positiv besetzte Wörter. Aber hast du dich daran denn nicht längst gewöhnt? Ich meine, wie würdest du es machen? Ich würde es anders machen. Gewinndynamik beflügelt deutsche Aktien. Deutsche investieren vermehrt in Unternehmen. Investoren erkennen Attraktivität von Aktien. Und deutsche Unternehmen meistern die Krise. Die gleiche Botschaft, anders dargebracht, positiver würde ich sagen. Aber was stört dich? Also stört dich, dass die ersten Schlagzeilen das Ganze so ein bisschen unseriös erscheinen lassen? Genau das ist das. Unseriös. Uns natürlich, die ganze Branche und den Kapitalmarkt. Und deswegen ist es ja nicht verwunderlich, dass viele, die das erste Mal mit dem Kapitalmarkt zu tun haben, ein Warnschild vor sich sehen, aufpassen, Spekulanten. Ja, das ist so. Also ich glaube gerade das Wort spekulieren oder auch spielen, wer möchte das schon mit seinem sauer erarbeitetem und erspartem Geld? Ja, und das ist eben eine deutsche Spezialität. Wenn man wie wir beide im nicht deutschsprachigen Ausland viel unterwegs war, dann sucht man diese Begriffe vergebens. Da wird von Investieren, vom Investor, vom Unternehmen gesprochen. Ganz normale, nicht positiv oder negativ besetzte Begriffe. Ja, denk einfach an die US-Bücherstube, in die man in New York reingeht und da unter den Top-Sellern im Bereich Finanzen, Börse schaut. Da geht es dann um den intelligenten Investor, um mal sozusagen die Investitionsbibel zu nennen. Oder das Investieren für Kinder. Auch das, genau. Finanzielle Unabhängigkeit, der einfache Weg dahin. Wie macht man das? Also eher die Anleitung der Pfadfinder. Wenn du hier in den Bücherladen gehst, dann sieht das ganz anders aus. Risiko, Crash, Vorsicht, Gefahren. Verkauft sich halt einfach viel besser. Ja, in Deutschland. In den USA würdest du damit wahrscheinlich kaum einen Dollar verdienen. Aber es zeigt eben die unterschiedliche Wahrnehmung, die unterschiedliche Mentalität. Und die zieht sich ja auch in die Vorträge hinein. Wir sind ja oft mit anderen Häusern unterwegs. Wir, die Daueroptimisten, die Naiven, die daran glauben, dass Eigenkapital, also die Aktie langfristig besser rentiert als Anleihen. Wir stehen da aber ziemlich alleine. Ja, klar. Diejenigen, die mahnen und den Zeigefinger hochheben und Sachen sagen wie, das wird schlimm enden, die haben natürlich deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ich erkläre mir das immer damit, dass wahrscheinlich die Mehrheit im Saal eben auch nicht oder nur sehr wenig investiert ist. Natürlich beobachtet man als Nicht-Investierter, wie die Kurse seit Jahren eigentlich steigen. Und wenn ich seit Jahren sage, dann ist es völlig egal, ob das zwei, fünf, zehn, 15, 20 Jahre sind, die ich da nicht meine. Und das tut weh? Und das tut weh. Und da tut es natürlich gut, wenn oben jemand steht, der mahnt und einem das Gefühl vermittelt, dass es natürlich viel schlauer ist, trotz der zurückliegenden Anstiege nicht investiert zu sein, denn das wird böse enden. Was ich ganz spannend finde, ist, dass dann, wenn man mal vorsichtig nachfragt und sagt, ja, wie lange reden Sie denn jetzt schon über die Risiken, dass der Anstieg, also eigentlich das Positive, genommen wird, um zu belegen, wie krank das System ist. Schauen Sie, Herr Lehr, das ist doch genau der Punkt. Es steigt und steigt. Und das, was bei all dem, was da draußen vor sich geht, das muss ja böse enden. Und dann nicken wieder alle ganz zufrieden. Ja, die Blase wird immer größer und immer größer und wenn sie dann platzen wird, kommt die Katastrophe. Und das passt dann wieder ins Denkmuster der selektiven Wahrnehmung. Also Stichwort, der Ton macht die Musik. Was du sagst ist, der Ton ist zu destruktiv, gibt dem Ganzen etwas Unseriöses, was dazu führt, dass die einen sich bestätigt darin fühlen, nichts zu tun und die anderen erst gar nicht motiviert werden. Würde der Ton jetzt konstruktiver, dann würde sich die Tanzfläche füllen. Das ist das, was du vermutest. Ja, davon bin ich überzeugt. Konstruktiv bedeutet mehr Vertrauen. Und mehr Vertrauen würde vielleicht auch Nachahmer finden bei Medien und Wettbewerbern, um zu switchen von Moll auf Dur. Rechtlicher Hinweis. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland, Österreich, Luxemburg und in der Schweiz. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen von Flossbach von Storch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Zukunftserwartung von Flossbach von Storch wieder, können aber erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit dieser Veröffentlichung wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung, Übernahme in andere Webseite, der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Flossbach von Storch zulässig. Ein umfangreiches Glossar zu Themen und Begriffen finden Sie auf www.flossbach-von-storch.com Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken-, gewerblichen- sowie wettbewerbsrechtlichen Schutzrechten. Copyright 2020 Flossbach von Storch Alle Rechte vorbehalten www.flossbach-von-storch.com